Wie wär's mit nem Film über einen Superhelden, der normal große Hemden trägt, von Zeit zu Zeit den Weintag auslässt und eine Schule für sehr undankbare Kinder leitet? Hey, wie aufregend! Dann seid bereit! Au! Denn die neuen Folgen des coolsten Superheldenteams sind da! Au! Mehr Abenteuer und mehr Spaß! Und wie immer, kein Bösewicht wird ein Auge zumachen können! Erwescht! Zu früh gefreut! Bei den neuen Folgen von Danger Force! Heute um 19.30 Uhr! Nur bei Nick! Untertitelung des ZDF für funk, 2017